Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute bei mir gibt es so was wie Resteverwertung wieder. Ich hatte noch ein Stückchen Zucchini, dazu habe ich noch Kartoffeln, ein bisschen Möhren, Zwiebeln und habe so eine Gemüsebreitlinke gemacht. Aber dann habe ich noch gedacht, die kann man doch noch schön mit Mozzarella so fast wie überbacken. Kann man das machen auch gleich in die Pfanne. Meine letzte jetzt noch in die Pfanne sind und einfach Mozzarella oben drauf machen und eine Minute nur einfach schmelzen lassen. Perfekt. Oder gibt es sogar dazu noch eine Scheibe Tomate drunter, da hat man so ein Türmchen. Schaut ihr. Die kleine Gemüsebulette, Tomaten und Mozzarella. Obendrauf habe ich noch ein bisschen Brennsel zusammen drauf gemacht. Lecker, wirklich sehr sehr lecker. Und die kann man einfach so essen oder serviert man mit einem Tipp. Ich habe noch dazu gemacht so einen Joghurt, habe Paradieschen reingemacht, ein paar Kräuter angewürzt mit Pfeffer, Paprika, ein bisschen Salz und gebe ich es dazu. Geht sehr schnell, schmeckt sehr lecker und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben sie bei mir und ich werde euch jetzt zeilen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß. Wie gesagt, ich habe jetzt noch ein Stückchen von den Zucchini abgewogen. Irgendwo 500 Gramm ist das jetzt. Und habe gedacht, gebe was dazu und mache mir so eine Gemüsebulette oder Gemüsebratlinie, wie man so alles nehmt. Gebe ich auch dazu ein paar Kartoffeln, Eier, dann zwei kleine Zwiebeln und ein bisschen von den Möhren. Andecken werde ich das alles mit dem Paniermilch. mache ich selber aus dem Brotchen. Ja, und ein paar Gewürze Salz, Pfeffer, vielleicht Paprika, Rosenschaf, das war's dann schon. Zuerst werden wir Zucchini reiben. So, das ist etwas einfacher wird, werden wir die halbieren. Die Kerne sind wirklich klein, noch ziemlich weich, deswegen lasse ich bei der Bratlinie einfach drinnen. Zucchini haben wir fertig geliebt und jetzt geben wir das alles in eine Schüssel. Geben wir oben drauf Salz. Für diese 500 Gramm kann ich diese Baby Teelöffel Salz geben, ist wirklich ganz klein. So, vermischen und lassen wir es mal so 10 Minuten ziehen, dass es Salz bisschen Wasser aus dem Zucchini zieht und dann können wir es ausdrucken. So, an die Seite stellen und werden wir weiter unsere Kartoffeln reiben. Nehme ich auch diese grobe Reihe. Alle Zutaten zu diesem Rezept, was ich heute nehme, steht unten in die Beschreibung, liebe Freunde, findet ihr alles da. Geriebene Kartoffeln geben wir zurück ins Wasser. Und lassen wir es in Wasser stehen. Jetzt haben wir noch Zwiebel und Möhren. Möhren könnt ihr mal auch reiben, aber die waren so klein, deswegen werde ich einfach die mit Mixer mit zerkleinern, zusammen mit dem Zwiebel. Wenn ihr mögt könnt ihr auch ein bisschen Knoblauch dazu geben. So, das wird schon ausreichend. So, nach 10 Minuten sehen unsere Zucchini so aus. Haben die richtig viel Wasser gelassen. Und das geben wir jetzt auf so ein Tuch, habe ich mir gemacht, aus Fliegennetz. Und da habe ich mir sowas genäht. Und es ist wirklich sehr bequem für solche Sachen. Das Bären absieben oder einen Saft machen. Und auch jetzt für Zucchini sehr gut. Und richtig schön ausdrücken. Schaut, wie viel noch Saft kommt raus. So, geben wir jetzt unsere Zucchini wieder zurück. Und genau das gleiche mache ich jetzt auch mit Kartoffeln. Können wir gleich diese gleiche Sack auch nehmen. Und Kartoffeln drauf geben. Dann machen wir einfach alles hier rein. Und auch ausdrücken. Und das geben wir auch gleich zu den Zucchini. Jetzt ist Kartoffeln viel mehr als Zucchini. Auch dazu kommen die Möhren und Zwiebeln. Verrühren wir erstmal. Alles ein bisschen zusammenmischen. So, und jetzt werden wir noch ein Ei dazu geben. Umrühren. Und dann können wir auch gleich nachkürzen mit Pfeffer. Ein bisschen Paprika. In meinem Fall nehme ich Rosen scharf. Etwas Salz. Und etwas Kräuter. In meinem Fall habe ich den Mix von den Kräutern. Gebe die einfach rein. Und werden wir alles gut verrühren. Ich werde jetzt Hand nehmen. Weil ich möchte fühlen wie mein Teig ist. Und es ist viel viel besser dann auch verkneten. Fühlt man wie flüssig ist der. Und jetzt kommt dann Paniermehl. So. So ein Messbecher ist 35 Gramm. Habe ich schon mal gewogen. So, gebe zwei. Und das sind 70 Gramm. Und dann werden wir sehen. Ob wir noch mehr brauchen oder nicht. Es wird sowieso plus minus da sein. Ich glaube das ist ausreichend. Die Masse hält sich gut in die Hand. Das wir können so eine Gemüsebreitlinchen machen. Jetzt lassen wir nur unsere Masse so nur 5 Minuten stehen. In dieser Zeit bereiten wir schon die Pfanne zum Braten. Jetzt kann man ganz bisschen probieren. Ob das gewürzmäßig alles gut ist. Ja. Jetzt aber lassen wir unsere Teig jetzt nur 5 Minuten ruhen. So, es sind jetzt 5 Minuten vergangen. Schaut ihr wie unser Teig aussieht. Eigentlich relativ gut. Es läuft von den Löffeln nicht weg. Ich werde kein Semmelmehl mehr rein machen. Aber was möchte ich gerne mal rein machen. Das ist meine Brenneseelsamen. Ich habe genug gesammelt. Und deswegen kann ich sogar hier rein geben. Und mitbraten. Und dann gehen wir jetzt schon ans Herd. Und werden unsere Gemüsebreitlinchen machen. So stellen wir die Pfanne auf den Herd. Geben wir Öl. Ich habe jetzt Bratöl, Sonnenblumenöl genommen. Und lassen wir es mal heiß werden. So, sehr heiß. Und geben wir so einen Esslöffel. Kann man ein bisschen mit dem Löffel so zurecht machen. Kann man schön etwas dicker machen. Und die Hitze dann auch mittlerer Stufe lassen. Nicht zu schnell braten. Dass es natürlich alles durch wird. Wenn ihr etwas auch dickere Teile macht. So fast wie Buletten. So, und jetzt lassen wir unsere Teile ausbraten. Von beiden Seiten so goldbraun. So, es sind jetzt ungefähr 2 Minuten vergangen. Jetzt werden wir sie umdrehen. Schaut euch. Richtig schön. Lassen sie sich umdrehen. Und nachdem wir sie umgedreht haben. Am besten decken wir zu. Und 2 Minuten auf die mittlere Stufe werden wir braten. Danach kann man auf diese Teile ein bisschen Mozzarella drauflegen. Und schmelzen lassen. Oder backt die alle aus. Und macht dann auf den Blech. Oder im Backofen. Oder in Heißluftfritteuse. Kann man auch ein bisschen Mozzarella drauf machen. Und schmelzen lassen. So lecker liebe Freunde. So, die nächste zu 2, fast 3 Minuten vergangen. Schauen wir jetzt. Wie ist das auf die andere Seite. Auch gebraten müssen. Die kann man auch 2 mal umdrehen, wenn es so ist. Schaut euch selber, wie es bei euch funktioniert. Und jetzt kann man zum Beispiel so ein Stück Mozzarella drauflegen. Wieder den Deckel drauf machen. Und auf die mittlere Stufe weiterbraten. Bis das Mozzarella nicht zerläuft. Und dann kann man gleich am Tisch servieren. So eine Methode ist es natürlich einfacher, wenn ihr bereitet nur für 1-2 Personen. Wenn ihr bereitet für mehrere Personen. Dann ist das besser die komplett ausbacken. Dann auf dem Blech rauslegen. Mit Mozzarella belegen. Da kann man sogar Tomaten noch dazu liegen. Und im Backofen nur 10 Minuten überbacken. Dass nur das Käse schmeckt. Von so was lecker liebe Freunde. So. Es ist nicht mal Minute vergangen. Schaut euch, wie das schon aussieht. Und wir werden schon eine rausnehmen. Und probieren. Die restliche Deckel noch zu. So meine Tippe. Jetzt schauen wir. Mhhh. Ist das köstlich. Nur mit einer Hand ist es schlecht. Hier zu schneiden. Aber ich möchte gerne probieren. Ob das alles durch ist. Die Käse zieht sich. Mhhh. Alles schön durch. Alles schön weich und saftig. Echt wirklich sehr leckeres Sommergericht. Kann nur empfehlen. Eure Reste auf so eine Art und Weise zu verwerten. So liebe Freunde. Bei mir ist heute alles. Und ich hoffe es wird euch gefallen. Und ihr wird auch ein bisschen experimentieren. Und mal was ausprobieren. Und mir einen Kommentar hinterlassen. Und vielleicht auch einen Daumen hoch. Ich wünsche euch liebe Freunde viel Spaß beim Nachmachen. Einen guten Appetit danach. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.